Ich bin Lena Kimmich und ich spiele Jojo. Ich bin Ronja Raps und spiele Nele. Hallo, ich bin Jojo. Und ich bin Nele. Nele, Jojo. Und wir haben einen Reiterhof. Und es ist toll. Nele, hast du Lust ausreiten zu gehen? Ja, wieso nicht? Komm. Welches Pferd willst du nehmen? Ich nehme mein Pferd, die Mina in der Mitte. Ich nehme das, die. Ich hole das Halfter. Und ich hole den Sattel. Komm her, Dasti. Komm mit, Dasti. Dann gehe ich gleich weiter und hole Mina. Da kommst du ja schon, Mina. So ist brav. Komm mit, Mina. Auf geht's. Hier ist dein Sattel, Dasti. Und hier ist dein, Mina. Brauchst du den Hocker auch? Nein, ich habe meinen Sattel schon drauf. Zwei Minuten später sind die Pferde gesattelt. Und die Mädchen brechen auf. Die Mädchen reiten auf eine kleine Lichtung. Wow, ist das schön hier, kann ich sagen. Die Mädchen legen sich in die Sonne und die Pferde grasen ein wenig. Die Mädchen liegen ziemlich lange auf der Wiese und schauen in die Sonne und überlegen sich, was sie an diesem Tag noch machen. Dann denken sie sich, hm, tun wir doch einfach unsere Pferde auf die Koppel und machen die Ställe ein bisschen sauber. Die haben es nötig. Und wie fandest du es heute, Dasti? Ich fand's cool. Tolles Wetter war heute für dein Ausritt. Mir ist es voll heiß. Komm mit, ich geh was trinken. Das war erfrischend. Ich muss mich noch ein bisschen volltanken. Währenddessen beide Mädchen, die die Ställe ausmisten. Das ist aber dreckig. Nele, du musst mir helfen. Ich komme schon. Und schon ist das Erste drinnen. Fertig. Bringen wir es endlich hinter uns, hier stinkt's. Rein damit. Und zu den Deckel. Und so ist wieder ein wunderschöner Tag auf unserem Reiterhof vergangen. Und so ist wieder ein wunderschöner Tag auf unserem Reiterhof vergangen. Tschüss. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.